Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Red Dead Dungeon Online Die Beta ist ja noch die Beta Also hat es schon ein bisschen geändert die Beta Und am Beta und zwar Sind die Waffen billiger geworden Ja eigentlich ist ja auch alles billiger geworden In Munition zwar nicht Also sind viele Sachen billiger geworden Bei den Jobs verdient man jetzt viel mehr Geld als vorher Und man verdient etwa schon mal ein kleines bisschen Gold Ja Also ein bisschen verdient man auch mehr Jetzt gerade Und das könnte ich euch mal zeigen Das ist auch gerade mein Pferd, aber auch ein neues Pferd Das ist natürlich der Wie heißt das Also ja mein AMG Mein S-Klassen AMG Pferd Ich kaufe es echt gut Also die Ausdauer kann man ja noch verbessern Also die Ausdauer wird noch verbessert dann Auf jeden Fall Ja eigentlich ein ganz gutes Pferd ist das Ja So sind wir mal Ich glaube hier in Blackboard der ersten Mal angekommen Ich zeige euch mal was es eigentlich alles Neues gibt Also es gibt ja nichts Neues aber die Preise könnt ihr euch ja mal zeigen Die sind echt gesunken Hier könnte man ja mal in Katalog gucken Hier die Pferde Also ich gehe mal gleich zu den Pferden Die ganzen Pferdewecker jetzt hat ja 9 Dollar gekostet Ne es kostet es glaube ich noch 2,50 oder so kann auch ein Gameplay werdet ihr es wahrscheinlich sehen 2,50 ist eigentlich ganz guter Preis für sowas Es war überteuert 9 Dollar Es war ja fast 9 Jobs damit man das nicht leisten konnte Oder 5 Jobs keine Ahnung Es war auf jeden Fall sehr schwer Geld zu verdienen Ja aber jetzt geht es eigentlich ganz leicht Ich glaube man hat 1 Dollar oder so verdient Ne nicht also 2 Dollar oder so hat man verdient pro Job Mein Glück hat 5 Dollar Jetzt kriegen wir auch schon 15 Dollar höchstens Das ist schon Schon was getan Äh Ja Also Schreibt mal in die Kommentare Wie ihr das findet Also schon es geil Naja man müsste halt nur noch die Goldwerke raushauen Die stört mich ein bisschen Aber sonst Ja es ist eigentlich ganz geil geworden Das Spiel hofft es wird noch ein bisschen verbessert Jetzt kommt ja auch glaube ich mehr Sachen bald auch rein Das ist die Beta Naja Jetzt Gewehr jetzt habe ich schon das eine da Das ist echt ein schickes Gewehr Auch ein starkes Gewehr Das hat glaube ich 400 Dollar gekostet Jetzt kostet man auch die Hälfte rund 216 Dollar Steht ihr da Aber ich finde kann man sich dann mal Also auch eher weniger Ja So und jetzt könnt ihr euch noch das Gameplay angucken Ich wollte Eigentlich nichts mehr sagen Ich glaube ich kämpfe da Ähm Wahrscheinlich mit so einem komischen Typen Keine Ahnung Ja Ja da habe ich die Verabschiedung vergessen Das sind wir jetzt in diesem kurzen Info Redemption Video Ich wollte nur sagen dass alles da ist Ich habe jetzt nicht großartiges was geplant Deswegen es war das Video ein bisschen kürzer Geht um den Daumen nach oben Wenn es euch ein bisschen gefallen hat Oder Ja Ja Können wir mal gehen Das war es von mir Und ciao Leute Noch einfach hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal